So ist die Hand, so ist der Arm, da schlägt sie rauf, dann wird gegriffen, dann wird gegriffen. Der Hauptsinn ist das Schlagen, darum gehst du so tief rein, aber jetzt willst du, jetzt greifst du und machst dann gleichzeitig den Vorschuss. Eigentlich sind es zwei Bewegungen, du machst das so schnell, dass es aussieht wie eine einzige, in Wirklichkeit sind es zwei Bewegungen, das sind nicht eine Bewegung, das sind zwei Bewegungen. Wenn du triffst, die Hand greift nicht, wenn der Ellbogen trifft, wenn der Ellbogen trifft, dann, ihr könnt nicht volltreffen, wenn ihr greift. Erst treffen mit dem Ellbogen, dann auch nicht später greifen. Die Hand sieht aus wie eine Affenhand, drück runter und nach vorne mit dem Ellbogen. Und dann, wenn du greifst, dann schlägst du. Alles klar?